Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Ich sitze mal wieder in meinem Tiger I, dem wunderschönen Ding. Und mit mir dabei einmal der Goti im E25. Moin. Moin. Und im KV3 der Südorfer. Moin. Moin. So, wir sind hier auf Fjorde und wollen da hinten zur Heavy-Gasse. Richtig. Zur Heavy-Schlucht oder wie auch immer man das nennt. Da. Brügelecke. Scheißegal. Das Haus will da offensichtlich auch hin, ne? Ja. Ne, da fahr ich nicht hinterher. Ja. 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 Ich fahr hier immer mit Turm 6 Uhr hoch, deswegen seh ich das. Ach. Da wollen wir mal. Schön dranbleiben. Ach. Unser Luchs ist ja schon rum. Ja. Habt Geld mitgekriegt. Kannst du den KV3 in den Tiger sucht, der ist hier aber. Ne. Geil. Alles gut. Ne. Nicht alles. Ich hab schon wo 1080 Schaden. Geil. Und nach links unten fallen lassen. Auf beide Churchill bitte. Oh du wolle. Willst du? Na, da war er weg für den Tiger. So. Dicker Max ist da irgendwo noch. Ja, der ist eh. Ich las mal eben bis ich zu bin wegen Arti. Ops, entschuldige weiter. Na, ist das auch egal. Fall nicht ins Wasser. Ich nein. so der ist auch weg ja das war klar oh machen wir es verloren ok ja machen wir was machen wir ins cap fahren hast du echt wir haben die ganze rechte seite verloren ich möchte schon wissen wo die art ist geil ist dass wir noch einen luchs hier haben das ist geil der guten job gemacht ja 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 Drück. Immerhin ins Käppchen. Cromwell B schießt von hinten auf mich. Sehr schön. Noch viel schöner. Naja. Ach, schon gewonnen. Na, das ging doch mal. Ja. Ich liebe dieses Ding. Der Cromwell B, der hat mir das Genick gebrochen. Wer hat dir das Genick gebrochen? Der Cromwell B, der hat mich aufgemacht von mir selber. Ah, wir haben nicht gerecht. Ah, das war doch okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.